Es läuft nicht alles rosig in der Videospieleindustrie. Viele Träume des großen Durchbruchs zerplatzen. Manchmal sogar schon beim ersten Versuch. Den einen haut ein Publisher übers Ohr, den nächsten zerreißen die Kritiken der Magazine. Oder das Erstlingswerk verkauft sich schlichtweg nicht wie erhofft. Videospielentwicklung und Vermarktung hat viele Tücken. Dies sind ihre Geschichten. Erzählungen von einzelnen Personen oder winzigen Studios, deren Debütprojekte bereits floppten oder aus anderen Gründen zum Ausstieg der Entwickler führten. Kommt in diesem Video mit auf eine Reise nach Austin und erlebt die Entstehung des Echtzeitstrategiespiels Conquest Frontier Wars. Kein anderer Videospielehersteller trieb die PC-Hardware-Verkäufe in den 90ern derart stark an wie Origin Systems. Ob es nun Strike Commander, System Shock, Ultima 8 oder Crusader war, der begeisterte Gamer brauchte stets die neueste Hardware. Chris Roberts' Wing Commander Reihe war da keine Ausnahme. Schon die ersten beiden Raumkampf-Simulatoren erschufen mit ihren gezeichneten Zwischensequenzen eine Art interaktiven Film. Wing Commander 3 vollendete die Transformation 1994, in dem sich Chris Roberts als Regisseur versuchte und den Plot mit Full Motion Video Sequenzen verzierte. Das Spiel zu produzieren, kostete Electronic Arts 5 Millionen Dollar und sein Nachfolger Wing Commander 4 sogar 12 Millionen. Ein bis dahin nie dagewesenes Budget für ein Videospiel. Aber Chris Roberts sah das Budget seiner Spiele dennoch als Problem. Denn für einen neuen Wing Commander Titel konnte er fordern, was er wollte. Jedoch nicht für andere Spielkonzepte. Weshalb er Origin Systems nach dem Wing Commander 4 Release verließ und zusammen mit fünf seiner Arbeitskollegen sowie Filmredisseur Robert Rodriguez im April 1996 Digital Anvil gründete. Ein ebenfalls in Austin, Texas ansässiges Videospielstudio. Für Designer Eric Peterson war Chris Roberts schon seit Times of Lore das Idol schlechthin. Wegen ihm stieg Eric ebenfalls bei Origin Systems ein, schrieb dort das ursprüngliche Design für Privateer 2 und unterstützte sein Idol bei der Firmengründung. Tatsächlich war es Eric, der Digital Anvils Finanzierung durch Microsoft und AMD aushandelte. Geldgeber, die laut Chris aufgeschlossener waren. Anfänglich hörte sich Chris Firmenkonzept für viele überzeugend an. Er wollte nur Veteranen beschäftigen und die Teams klein halten, um einer vereinten Vision folgen zu können. So sollten drei Fünf-Mann-Teams an Freelancer, Loose Cannon und Conquest Frontier Wars arbeiten. Aber vier Jahre später war lediglich die Anzahl der Projekte gestiegen und mit Starlancers 1 erschienen. Das wohlgemerkt in einer Zeit, in der das durchschnittliche Spiel zwei Jahre in der Entwicklung war. Ganz zu schweigen davon, dass Digital Anvil die Entwicklung Starlancers dem britischen Warthog Games übergab. Microsoft wurde langsam unsicher, ob sie ihre Investitionen je wiedersehen würden. Die Projekte hatten durchaus Potenzial. Aber zwischenzeitlich unterstützen Microsoft Teams aus Redmond bereits die Produktionen und dennoch rückten die Erscheinungstermine nicht näher. Zum angekündigten Erscheinungstermin Freelancers erwarb Microsoft die restlichen Anteile der Firma und strukturierte Digital Anvil um. Sie reduzierten den Umfang Freelancers und konzentrierten Digital Anvils Resourcen vollständig darauf sowie auf Brute Force. Letzteres war ein Squad-basierender First-Person-Shooter von Chris' Bruder Aaron, der drei Jahre später zusammen mit dem Space Comet Simulator erscheinen würde. Chris Roberts selbst stufte Microsoft zum Berater herab. Außerdem stellten sie Loose Cannon und Conquest offiziell ein. Wobei sie deren Produzenten, Tony Thorovic und Eric Petersen, gestatteten diese Projekte mit zu einem neuen Publisher zu nehmen. Selbstverständlich mit der Prämisse, dass dieser Microsoft ihre Investition zurückzahlte. Der Grund für Microsofts Ablehnung Conquests war so vielseitig, wie der Pitch ambitioniert war. Chris und Aaron Roberts ursprüngliche Vision bestand aus einer Videospiel-Version der finalen Return of the Jedi Weltraumschlacht. Ähnlich wie George Lucas sich für die Dogfight seiner Star Wars Filme an Kameraaufnahmen des zweiten Weltkriegs orientierte, wollten die Roberts Brüder die Trägerschlachten der damaligen Zeit nachstellen. Es sollte darum gehen, den Feind aufzuspüren und den ersten Schlag auszuführen. Vergleichbar mit den Jägern aus Wing Commander, die auf ausschweifende Patrouillen oder Erkundungsflüge vom Träger aus ins Tiefe All aufbrachen, sollten Trägerschiffe in Conquest Angriffe über das gesamte Sonnensystem hinweg ausführen können. Wobei das Spiel hauptsächlich auf Schlachtschiffe, Zerstörer, Träger, Escort Schiffe und viele mehr setzte. Das kleinste vom Spieler kontrollierbare Schiff sollte ein Minenleger werden. Einzelne Jäger oder Bomber, wie Wing Commander sie verwendete, wären von einer Schwarm-KI gesteuert worden. Künstliche Intelligenz war generell das Zauberwort Conquests. Denn um die Schiffsverbände, welche nicht gerade der Spieler lenkte, sollte sich eine Flotten-KI kümmern. Admirale mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Perks. Beinahe wie StarCraft sie damals in Form von Porträts für ihre Einheiten benutzte. Bloß übergreifend. Obwohl Aaron und Chris bei der Firmengründung viel Command & Conquer, Age of Kings und Total Annihilation spielten und sie den Gedanken cool fanden, diese Schlachten ins Weltall zu verlegen, sollte Conquest eben kein reines RTS werden. Es orientierte sich eher an 4X Games wie Master of Orion. Spieler sollten den Weltraum erkunden, Planeten kolonisieren, nebenbei gigantische Schlachten austragen und am Ende die Galaxis dominieren. Jedoch immer noch komplett in prächtigem 3D, wie es die Wing Commander Spiele vormachten. Genauso wie Chris' Vorgängerspiele sollten die Erdbewohner gegen eine außerirdische Spezies antreten. Dieses Mal gegen ein Insektenvolk. Eine kastenbasierende Kultur, deren Volk sich tief unter der Planetenoberfläche eingrub. Als größtes Problem der ersten Jahre entpuppte sich die dritte Dimension. Digital Anvil schrieb eine neue Engine, die es ermöglichte, Schiffe auf der X-, Y- und Z-Achse zu bewegen. Aber bei diesem Prototypen verbrachten die Tester mehr Zeit damit, sich im Universum zurechtzufinden, als das Spiel zu koordinieren. Ein Problem, das parallel ebenso die Homeworld-Entwickler plagte. Das Relic Entertainment Team löste diese Hürde für sich, indem sie die beiden Mutterschiffe zu langen Platten machten, die wie eine Kompassnadel im All prangte. Aber Conquest besaß gigantische Flottenverbände und die konnten nicht alle fliegende Platten sein. Darüber hinaus umfasste das Konzept unzählige weitere schwer zu realisierende Features. Weshalb Digital Anvil zum Jahreswechsel 1998-99 das Konzept komplett verwarf und von vorne begann. Dieses Mal unter der Leitung von Eric Petersen. Denn in seiner Rolle als Starlancer Produzent schaffte er es als einziger aus der Digital Anvil Mannschaft, ein Spiel über die Zielgerade zu bringen. Der Reboot transformierte Conquest in ein mehr oder weniger gewöhnliches Echtzeit-Strategiespiel. Es sollte weiterhin wie Homeworld im Weltall spielen, jedoch komplett zweidimensional. Zwar blieb die anfängliche 3D-Engine und die Schiffsdesigns, aber der Spieler konnte die Kamera lediglich noch dafür nutzen rein oder raus zu zoomen. Gegenüber der unzähligen RTS der späten 90er sollte Conquest durch drei Dinge aus der Masse stechen. Den bereits geplanten Fleet Admirals, multiple Karten innerhalb einer Mission und komplexes Ressourcen Management. Der Karten Aspekt war zweifellos das ungewöhnlichste Feature für ein RTS. Jede Mission sollte bis zu 16 Sternensysteme umfassen. Jedes mit verschiedenen Planetentypen, von normaler Erde über Sumpfplaneten bis hin zu Gasriesen. Über Wurmlöcher verbanden sich diese Systeme zu einem gigantischen Spielfeld. Der Spieler erkundete also sein Heimatsystem, etablierte Abbauanlagen sowie Fabriken und sprang dann mit neu konstruierten Schiffen ins nächste System. Während das erste Konzept vorsah, dass abgebaute Rohstoffe schlicht in Credits umgewandelt wurden und sich mit denen neue Schiffe kaufen ließen, kreierte das neue Konzept drei unterschiedliche Rohstoffe für die Errichtung und Erhalt von Schiffen. Der Spieler musste fortan Erz, Gas und Leute abbauen bzw. produzieren. Wobei jeder Planettyp unterschiedlich große Mengen dieser Rohstoffe bot. Obendrein musste anhand dieser eine Versorgungslinie etabliert werden. Jedes Schiff verfügte neben anderen Attributen stets über Hüllentrefferpunkte und Vorräte. Diese Vorräte oder auch Munition verbrauchten sich langsam, während der Spieler kämpfte und Spezialfähigkeiten einsetzte. Waren sie erschöpft, weil der Nachschub fehlte, hörte das Schiff auf zu feuern. Was in einer Schlacht fatal wurde. Die Flottenadmirale gedienen neben ihrer eigentlichen KI-Funktion zum Gegenstück der Warcraft-Heldeneinheiten. Sie reisten in eigenen kleinen Schiffen und wenn der Spieler ihnen Flotten zuwies, gewährten sie diesem Schiffsverband spezifische Boni und Spezialfähigkeiten. Jedes Volk erhielt sechs Admirale mit unterschiedlichen Perks und wenn diese starben, starben sie für immer. Das erste Konzept sah außerdem neben der Einzelspieler-Kampagne der Menschen und Mantis einen Mehrspieler-Modus vor. In diesem sollten vier Völker zur Verfügung stehen. Die gut ausgewogenen Menschen, langsamen, aber mächtigen Reptilien, dann die zunächst schwachen, aber am Ende starken Energiewesen und zu guter Letzt die schwachen, doch dafür zahlreichen Insekten. Auch diese reduzierte Erik für den zweiten Ansatz. Das Conquest RTS verlor die Reptilien und behielt die Thaleron getauften Energiewesen. Im Gegensatz zu den Standardmenschen und Schwarminsekten, setzten die Thaleron auf Versteckspiel-Taktiken und blitzschnelle Angriffe. Innerhalb von 1999 und 2000 setzte Eriks Team viele Elemente dieses Konzepts um. Aus Digital Anvils Sicht hätten sie es zum Weihnachtsgeschäft 2000 ausliefern können, wenn sie einige große Features wie z.B. Multiplayer, Spielmodi und so weiter gestrichen hätten. Doch Microsoft teilte diese Vision nicht. Aus ihrer Sicht kam das gesamte Konzept nicht zusammen. Selbst wenn sie Digital Anvil besagte Features hätten streichen lassen, wäre es kein Verkaufsschlager geworden. Deshalb stellten sie Conquest Frontier Wars im November 2000 ein. Jedoch mit der Option, dass Erik Petersen einen neuen Publisher dafür suchen könne. So gründete Erik Petersen im März 2001 die Fever Pitch Studios in Austin, Texas. Selbstverständlich folgten ihm zahlreiche Digital Anvil Kollegen, wie z.B. Conquest leitender Programmierer Thomas Mauer, leitender Designer Dan Orselec oder Senior Programmer Anthony Slater. Letzterer begann seine Laufbahn wie Conquests neuer Project Director Mike Morlin bei Origin Systems. Das Fever Pitch Team konstruierte bereits zum Firmenwechsel einen neuen Trailer, sowie eine spielbare Demo, die den gesamten Terran Tech Baum umfasste und bereits vier Spieler Matches zuließ. Damit ging Erik bei den Publisher dieser Welt hausieren und fand tatsächlich einen Abnehmer in Yves Guillemont. Schließlich hieß es, Fever Pitch Studios würde lediglich sechs weitere Monate benötigen, um einen neuen Strategiespiel-Hit auszuliefern. Dass Eriks Team die Zeitspanne gegenüber Ubisoft einhielt, ging jedoch zu Lasten des Inhalts. Conquests Spielumfang blieb tatsächlich bei einer Kampagne. Der Schlag der Menschheit gegen das Mantis Empire. Dieser Plot begann damit, dass das Forschungsschiff Andromeda in unbekanntes Territorium sprang. Sie glaubten, das Zielsystem wäre jungfräulich. Fanden sich jedoch in einer Schlacht des Mantis Empires gegen eine derer Rebellen Fraktionen wieder. Sämtliche Kommunikation zu Andromeda brach umgehend ab und der Spieler wurde ausgesendet, nach dem Rechten zu sehen. Zwar involvierten die 16 Missionen im Verlauf ebenso die technologisch fortgeschritteneren Salarians, aber dabei blieb es. Für die beiden außerirdischen Völker bot Conquest lediglich Trainingsmissionen, welche den Spieler die Tech-Bäume näher brachten. Hart gesagt, ein Drittel von Blizzard Entertainment, drei Jahre früher erschienen im StarCraft. Entsprechend geringer erwiesen sich die Verkaufszahlen. Statt StarCrafts 1,5 Millionen Verkäufen im ersten Jahr brachte Conquest Frontier Wars es auf 300.000 Exemplare. Ungeachtet dieser Spiellänge, lobten die Magazine jedoch das innovative Gameplay und die ansprechende Grafik mit durchschnittlich 80%. GameZilla ging sogar so weit, dem Spiel 98 von 100 Punkten zu geben. 300.000 Verkäufe wären für Electronic Arts oder Microsoft zugegebenermaßen nicht viel gewesen. Aber für ein unbekanntes Studio wie Fever Pitch schien es ein gelungener Start. Zudem hörten sich Eric und Co. die Klagen der Fans an, reagierten mit Patches darauf und versprachen alles Fehlende mit dem Virium Erweiterungsset nachzuliefern. Virium war der Name des gestrichenen vierten Reptilienvolkes. Fever Pitch wollte es zusammen mit neuen Einheiten für die übrigen drei Völker nachliefern. Das Erweiterungsset sollte dieses Mal jedoch nicht nur die Virium Kampagne umfassen, sondern für alle drei weiteren Völker eine Einzelspieler Kampagne bieten. Drei Monate nach Conquest Release hatte das Fever Pitch Studio bereits das Design sämtlicher Einheiten abgeschlossen und sich die Handlung der Kampagnen zurechtgelegt. Es sah ganz danach aus, als würde das Erweiterungsset im Sommer 2002 ausgeliefert werden. Zusätzlich begann das 25 Mann starke Studio parallel mit der Pre-Production von Conquest 2. Doch an der Stelle setzte ein offensichtliches Problem ein. Das Conquest 1 Erweiterungsset würde mehr bieten als das erste Spiel und Conquest 2 müsste das logischerweise wieder toppen. Die logische Konsequenz für Studio und Publisher schien es zu sein, das Erweiterungsset direkt zum zweiten Teil zu machen. So wurde die Virium Erweiterung zu Conquest 2 Virium Uprising. Selbstverständlich gewann das Werk dadurch zusätzliche Features. So sollte es im zweiten Teil zum Beispiel eine dynamische Galaxie mit interstellaren Gefahren geben. Wurmlöcher werden verschwunden und neu entstanden, Sonnen hätten explodieren und alles mit ihrer Nova vernichten können und so weiter. Das lästige Micromanagement des Rohstoff-Sammelns wäre dem Spieler von einer Resource Gathering AI abgenommen worden. Außerdem hätte der Spieler Artefakte der mysteriösen Sirion Vorfahren finden und damit seine Stellung im Universum sichern können. Die vier Kampagnen hätten den Plot 40 Jahre in die Zukunft verlegt und allesamt den Aufstieg der Virium geschildert. Doch im Verlauf der gut dreijährigen Entwicklungsspanne lief nicht alles wie vorhergesehen. Zunächst verkaufte Eric im Februar 2003 sein Studio an Warsock Games. Was ein an für sich gut überlegter Schritt war. Warsock Games bestand aus Ex-Electronic Arts Mitarbeitern, die für Aaron und Chris damals Privateer 2 The Darkening entwickelten. Zu Digital Anvil Zeiten produzierten sie dann unter Erics Leitung Starlancer. So oder so bestand Warsock aus Gleichgesinnten, von denen Eric wusste, dass sie gut zusammenarbeiten würden. Die Tatsache, dass Warsock in Stockport, England saßen und Feverpitch ihr Studio in Austin, Texas hatte, bedeutete außerdem, sie würden Eric nicht auf die Füße treten und konnten gleichzeitig voneinander profitieren. Schlicht gesagt, alles schien traumhaft. Bedauerlicherweise fuhr Warsock Games im selben Jahr jedoch 9,2 Millionen Pfund Verlust ein und wurde infolgedessen von Tiger Telematics aufgekauft. Die brauchten Warsock wiederum als Spieleproduzenten für die Markteinführung ihres Gizmondo-Handhelds. Was bedeutete, Eric Studio musste die Conquest 2 Produktion einstellen und Windows CE Spiele für winzige Displays designen. Falls sich an dieser Stelle jemand fragt, warum er noch nie vom Gizmondo gehört hat, liegt es vermutlich daran, dass der Handheld floppte. Tiger Telematics ging pleite und so auch die Feverpitch Studios. Eric Peterson zog sich daraufhin aus der Videospielindustrie zurück. Mit dem Kickstarter Boom fast ein Jahrzehnt später wagte Eric Peterson jedoch einen letzten Versuch und bat 2012 die Fangemeinde, seine erneute Conquest 2 Produktion zu unterstützen. Aber die Kickstarter Kampagne fand gerade einmal 392 Spender und verfehlte damit ihr Finanzierungsziel bei weitem.